Es ist 14.30 Uhr, wir fangen an mit dem Vortrag. Hallo, schön, dass ihr gekommen seid. Mein Name ist Michael Stapelberg und der Vortrag geht über Debian CodeSearch Instant. Damit ich ein bisschen besser weiß, vor wem ich spreche, könnt ihr bitte alle mal die Hand heben, wer schon mal Debian CodeSearch benutzt hat. Zwei, drei, vier, okay. Wer hat schon mal davon gehört? Okay, und wer hat gar keine Ahnung davon? Okay, gut. Für die vier Hände, die gerade hochgegangen sind, bei gar keine Ahnung, reiße ich noch mal ganz kurz ab, worum es eigentlich geht. Und danach konzentriere ich mich hauptsächlich auf das, was seit dem letzten Vortrag vor zwei Jahren dazugekommen ist. Gut, hier ist noch mal der Vortrag verlinkt, Video und Folien. Das heißt, wer sich das ganze Video nicht anschauen möchte, das gibt es auch mit englischen Untertiteln übrigens, kann sich einfach die Folien kurz anschauen. Ganz kurz noch mal, die Motivation überhaupt. Warum braucht man überhaupt eine Codesuchmaschine? Es gibt recht viele Anwendungsfälle, die ich in meiner tagtäglichen Arbeit mit Open Source Software mehr oder weniger häufig habe. Also oft ist es so, man bekommt zum Beispiel einen Bug Report und man sieht darin, okay, hier ist ein Stacktrace und das sind jetzt irgendwie drei, vier Funktionen und dann sieht man halt die Funktionsnamen. Und dann möchte man herausfinden, was tun denn eigentlich diese Funktionen, damit man den Fehler besser verstehen kann. Und damit man nicht bei jeder Funktion schauen muss, okay, in welchem Paket ist die definiert, sich den Paketquelltext runterladen muss, dann den Paketquelltext indexieren oder einfach direkt durchsuchen, gibt es eben eine Codesuchmaschine. Mit der kann man also schnell und einfach Funktionen auffinden, die sich in irgendeinem beliebigen Open Source Quellpaket befinden, welches Teil von Debian ist. Das ist nicht alles. Vielleicht möchte man auch genereller suchen. Vielleicht möchte man einen Algorithmus finden, der das implementiert, was man gerade möchte. Vielleicht möchte man irgendwie Heapsort finden, geschrieben in C oder geschrieben in Perl oder was auch immer. Dafür kann man das auch verwenden. Und zu guter Letzt ist noch ein wichtiger Anwendungsfall von den generellen Anwendungsfällen, dass man damit auch schauen kann, hey, welche Pakete benutzen eigentlich diese Funktionen, die ich in meiner Library zur Verfügung stelle, damit man besser sehen kann, okay, ich muss jetzt die API ändern, wie viele Pakete muss ich anfassen oder muss ich da eine neue Major-RP-Version machen? Solche Sachen. Und zu guter Letzt in Debian spezifisch gibt es natürlich auch Use Cases. Die Tatsache, dass das Projekt Debian Code in Deutschland heißt, kommt nicht von ungefähr. Also wir benutzen alle Pakete, die in Debian sind, ganz einfach, weil wir wissen, dass das alles freie Software ist. Da hat man dann keine Probleme. Man muss die Software nicht crawlen. Man hat keine Probleme mit der Wiederveröffentlichung des Quelltexts und sowas. Und zudem indexieren wir aber auch die Debian-spezifischen Änderungen an den Paketen. Soll bedeuten, wenn man gerade ein Debian-Paket baut und suchen will, okay, wie mache ich jetzt eigentlich diese eine Funktion in dem Gerüst, was das Debian-Packaging erlaubt, kann man auch die Grund- und Suchmaschine benutzen, um Beispiele dafür zu finden. Gut, wichtig zu sagen ist noch, dass das Ganze eine Regular-Expression-Suchmaschine ist. Das soll bedeuten, man kann wie bei Grep oder wie bei ganz vielen Editoren eine Regular-Expression angeben und hat damit ein sehr mächtiges Werkzeug an der Hand, um ganz genau die Stelle zu finden, die man eigentlich sucht. Das ist ein bisschen wichtig, weil es auch beeinflusst, wie die Architektur der ganzen Suchmaschine ist und welche Software wir zur Verfügung haben, die wir überhaupt benutzen können, um das Ganze umzusetzen. Die Grundlage für diese Regular-Expression-Suche ist hier verlinkt. Das ist von Russ Cox ein Paket, das nennt sich CodeSearch und ich habe im Wesentlichen dieses Paket genommen, habe es für unseren Anwendungsfall optimiert, also für große Datenmengen, habe einen Webfrontend drumherum gepackt und alle weiteren Änderungen an der Architektur werde ich euch gleich vorstellen. Am Anfang hat das ganze Projekt, also das Projekt habe ich angefangen als meine Bachelorarbeit damals in meinem Studium und ich hatte damals meinen Prof gefragt, so hey, wo kann ich das denn hosten, haben wir vielleicht einen Server hier, den ich benutzen kann und da hat er mir stark von abgeraten. Also es scheint großer bürokratischer Aufwand zu sein, dort einen Server zu bekommen und selbst wenn ich einen bekommen hätte, dann wäre das vielleicht ein paar Monate, nachdem ich schon angefangen hätte mit der Arbeit und nachdem ich dann mein Studium abgeschlossen habe, hätte ich da vielleicht keinen Zugriff mehr drauf. Das heißt, dann habe ich es einfach ganz pragmatisch auf meinen Privatserver gepackt und da lief das dann auch eine ganze Weile. Damals hatte ich das so gemacht, dass ich den Index einmal die Woche neu aktualisiert hatte. Das heißt, wenn ihr ein neues Paket nach Debian hochgeladen habt, dann kam das erst unter Umständen eine Woche später in der Codesuchmaschine zum Vorschein. Das ist natürlich ärgerlich und auch einer der Gründe, warum ich diesen Vortrag halte, weil ich erklären möchte, wie geht das besser und wie habe ich es tatsächlich gelöst. Gut, ich habe hier ein Video eingebettet, weil das die einzige Art und Weise ist, wie ich zeigen kann, wie die Codesuchmaschine früher funktioniert hat und das ist von meinem Vortrag von vor zwei an. Mein Ziel ist es, dass jetzt also die Vortragsaufnahme von vor zwei Jahren auf der Vortragsaufnahme von heute ist und wenn ich in zwei Jahren wieder einen Vortrag halte, ihr versteht. Okay, also was ich damals gezeigt habe, ich habe damals das Publikum befragt, wonach soll ich suchen, habe den Suchbegriff eingegeben, jetzt achtet ihr drauf, dauert eins, zwei, drei Sekunden vielleicht und dann habe ich hier die Suchergebnisse bekommen. Und dann sieht man, hier ist einfach so eine Liste, die ersten paar Treffer waren alle aus dem Paket EGLIPC, weil die Suchanfrage String-Fry war. Und das nur so als kurzen Überblick, wie war das früher und jetzt kann ich mal noch kurz zeigen, wie sieht das Ganze heute aus. Wenn ich auf codesearch.debian.net gehe, sehe ich immer noch die altbekannte Suchmaske. Wenn ich str-fry eingebe, sieht man, okay, das sieht jetzt schon deutlich anders aus. Ich entschuldige mich, dass es so klein ist, vielleicht kann ich ein bisschen, vielleicht kann ich ein bisschen reinzoomen. Man sieht immer noch, okay, GLEPC sind die ersten paar Treffer, aber man sieht auch, ich kann jetzt hier den Haken reinmachen und dann sehe ich die Suchergebnisse gruppiert bei den Debian-Paketen, in denen sie erscheinen. Und das Ganze ging auch deutlich schneller und das Ganze sieht auch deutlich ansprechender aus. So. Wir machen hier mal weiter. Jetzt zur eigentlichen Agenda des Vortrags heute. Zum einen möchte ich kurz noch darauf eingehen, wie hat sich das Projekt bewährt. Also ich habe das angefangen als meine Bachelorarbeit und dachte, das ist ein Tool, was ich auf jeden Fall haben will. Das ist ein Tool, was ich persönlich brauche. Allein dafür lohnt es sich wahrscheinlich schon und dann schauen wir mal. Und wie sich das in der Praxis herausgestellt hat, gehe ich gleich darauf ein. Dann zeige ich euch ganz kurz das Monitoring, was es für das System mittlerweile gibt. Monitoring ist unglaublich wichtig, damit man überhaupt weiß, was kann man an dem System machen, wo befindet sich das System gerade und wo will ich hin und dann kann man das messen und vergleichen und optimieren. Dann werde ich die alte und neue Hardware, die Rackspace uns zur Verfügung gestellt hat, vorstellen, die alte Architektur mit der neuen Architektur vergleichen, also auf das Feature eingehen, welches ich Instant Indexing nenne. Dann gehe ich kurz auf Streaming Queries ein, das nenne ich Instant Results. Aus den beiden Funktionen kam auch der Vortragstitel und der Codename für die neue Version Debian Code Search Instant. Dann erkläre ich ein bisschen was über die Optimierung, die wir vorgenommen haben und dann gebe ich noch einen Ausblick, was könnte man in Zukunft noch machen an dem Projekt, wo gibt es noch Potenzial. Sofern ihr Fragen habt, die unglaublich wichtig sind für den weiteren Verlauf des Vortrags, bitte einfach kurz Handzeichen geben und dann nehme ich sie direkt rein. Ansonsten haben wir am Ende des Vortrags noch Zeit für generelle Fragen. Okay, zunächst zum Nutzen. Ich möchte nicht unglaublich viel damit angeben, aber wenn man sich das anschaut, wie das verlaufen ist, bin ich durchaus sehr zufrieden damit. Also wir bekommen momentan ca. 125 Suchanfragen täglich im Schnitt, also mal mehr, mal weniger. Das ist gemessen über das letzte halbe Jahr. Da denkt man sich jetzt, wenn man mit großen Diensten zu tun hat, naja, das ist ja nichts, oder? Also das ist in Queries per Second ausgedrückt, ist das verschwindend gering. Aber man muss sich überlegen, das sind immerhin 125 Suchanfragen. Also 125 Mal am Tag hat Software, die wir gemacht haben, vielleicht Leuten geholfen, was rauszufinden, was sie vorher nicht rausfinden konnten. Und immer, wenn ich E-Mails bekomme von Leuten, die sich über irgendwas beschweren, weil irgendwie ein Bug in der Software ist oder die eine Frage haben oder die mich loben, dann bitte ich sie, dass sie doch auf dieser Wiki-Seite Debian CodeSearch, die hier verlinkt ist, ein kurzes Testimonial hinterlassen. Zum einen, dass andere Leute besser einschätzen können, wie akzeptiert dieser Dienst ist in Debian und zum anderen, weil das auch effektiv wirklich hilft. Also wenn ich zum Beispiel mich an DSA wende, also die Debian System Administrators, und denen sage, hey, ich würde gern den Dienst auf Debian Hardware hosten, dann sagen die, naja, zeig uns doch zuerst mal, dass das überhaupt irgendjemand benutzt. Und dafür sind diese Testimonials unter anderem wichtig, aber auch, weil sie eine schöne Motivation sind und auch schön belegen können, wenn jemand Interesse hat, an dem Projekt was zu machen, hey, das hilft vielen Leuten, schau mal, die Leute finden das gut. Und eins möchte ich hier kurz vorstellen, da schrieb Charles Plessy, ein weiterer Debian-Entwickler, CodeSearch is becoming an essential part of the Debian infrastructure that allows one to quickly answer questions that would otherwise have needed tedious grabs in the Lintian lab. Und das Zitat geht noch weiter und da sagt er dann noch, wie schön das Mailing-Listen-Diskussionen untermauert mit Daten. Und das ist natürlich was, was ich persönlich super finde, dass man nicht mehr Mailing-Listen-Diskussionen hat, die einfach subjektiv hin und her gehen oder die Flamewurst sind oder mit einfach Behauptungen, die niemand verifiziert, sondern jetzt kommen die Leute tatsächlich und sagen so, hey, wir haben hier folgendes Problem und hier ist der Link auf Debian CodeSearch, um es zu beweisen. Und das finde ich eine coole Sache. Und es ist auch noch wichtig zu erwähnen, finde ich, dass das Projekt nicht nur Leuten in Debian helft, sondern wir haben auch Testimonials von Leuten, die an Tor entwickeln, die an OpenBSD entwickeln, die einfach generelle Libraries entwickeln. Also das ist wirklich, hat sich sehr schön eingefügt, finde ich, in die Open-Source-Szene. Gut, jetzt aber erstmal darum, warum muss man das überhaupt verbessern? Was stimmt da an der alten Version nicht? Der Top-Feature-Request, den wir bekommen haben, war, dass man Suchergebnisse nach Paket gruppieren können soll. Das heißt, das, was ich gerade gezeigt habe, dass man den Haken reinmachen kann und sagen kann, ich möchte nur wissen, diese Funktion, in welchen Paketen wird die verwendet? Und dann überhaupt erst schaue ich mir vielleicht an, okay, innerhalb dieses Paketes jetzt, welche Treffer habe ich da? Und das war am Anfang nicht gegeben. Am Anfang hat man einfach eine Liste bekommen mit allen Treffern und das war sehr mühsam, da durchzugehen. Und das war eben der Top-Feature-Request. Der Top-Bug, den wir bekommen haben, war, dass wir am Anfang in 60 Sekunden Timeout hatten für Suchanfragen. Und einige Anfragen haben einfach länger als 60 Sekunden gedauert, um sie durchzuführen. Und das trotz der Einschränkungen, auf die ich gleich noch eingehen werde. Das heißt, es gab also viele Sachen, die Leute machen wollten, die sie einfach nicht machen konnten mit der Software, so wie es damals war. Und das ist natürlich schade und deswegen haben wir uns überlegt, wie kann man das Ganze verbessern? So, zum Monitoring. Das Monitoring ist, wie ich schon angedeutet habe, Grundstein. Also, das hatte ich am Anfang nicht. Am Anfang habe ich einfach die Software gestartet und dann gehofft, dass alles läuft und meistens ist auch alles glatt gegangen. Aber mit Monitoring ist das Ganze viel besser. Zum einen kann man sich automatisch benachrichtigen lassen, wenn irgendwas gerade nicht stimmt und über die Art und Weise habe ich schon mehrfach einen Bug identifiziert, den ich dann gefixt habe und seither läuft die Sache eigentlich größtenteils rund. Also, ich habe, glaube ich, seit Monaten schon keine Alerts mehr bekommen. Das ist eine gute Sache. Aber zum anderen kann man damit auch Messungen anstellen, also nicht nur Alerting, sondern auch messen, wie ist die Performance des Systems, wie lange dauern Suchanfragen im Normalfall, im Mittel- oder im 99. Percentile. Und das ist wichtig, weil man da wirklich vorher und nachher Vergleiche machen kann. Also, ich kann jetzt an der Software Änderung durchführen, kann sagen, okay, ich deploy das und fünf Tage später schaue ich, okay, wie haben sich die Queries, die die Nutzer tatsächlich absetzen, so verhalten. Deswegen finde ich das so wichtig. Und ich möchte das kurz zeigen, wie das aussieht. Ich habe das implementiert mit Grafana. Ich zoome hier auch nochmal ein bisschen rein. Man sieht hier ein recht großes Dashboard, also hier oben, ist ein bisschen schlecht zu sehen, weil das alles schwarz ist, sorry, aber es sieht cooler aus. Queries Per Second sieht man, was ist eigentlich so los auf dem System. Currently Active Queries, hier würde man sehen, wenn hier einfach eine Flatline zu sehen ist, dann ist das System irgendwie stecken geblieben an einem Query, das wäre schlecht. Hier sieht man die Query Latenz, also man sieht, okay, es gibt hier Ausreißer, 8,2 Minuten, das war eine sehr teure Suchanfrage, aber das Allermeiste liegt eigentlich hier so irgendwie mit, keine Ahnung, unter 100 Millisekunden, das ist recht gut. Also unter 100 Millisekunden, das ist so die Grenze, wo Menschen das noch als, das passiert sofort, wahrnehmen. Also wenn ich in der Lage bin, das CodeSearch, ich bin 100 Millisekunden antwortet, dann denkt ihr, wow, da bin ich der limitierende Faktor und nicht der Computer und das ist, wo wir hinwollen. Also jede Suchanfrage sollte im Idealfall so sein. Und dann gibt es noch ein paar andere Sachen, auf die ich jetzt nicht genauer eingehe. Also man kann sich zum Beispiel anschauen, die Read Bandwidth, wie viel hat das System gelesen für Suchanfragen, wie viel freier Speicherplatz gibt es und so weiter. Also wenn euch das interessiert, gibt es noch einen Vortrag von mir morgen um 17.30 Uhr über Prometheus. Das ist das System, was ich verwendet habe, um das zu implementieren. Wie das funktioniert im Großen und Ganzen ist, dass ich verschiedene Prozesse habe, die zeige ich euch gleich noch in der Architekturübersicht und die exportieren einfach Metriken, also Anzahl an Quellpaketen und so weiter und das System scrapt die dann und baut daraus diese schönen Graphen. Das ist ganz nett. Okay, zur Hardware. Ich habe am Anfang gesagt, am Anfang lief das Ganze auf meinem privaten Server. Der private Server hat irgendwie, ich habe 8 GB RAM reserviert für diese VM und er hatte halt eine rotierende Festplatte. Das heißt, da gewinnt man schon mal keinen Performancepreis mit und deswegen habe ich dann zuerst bei DSA angefragt und dann hieß es, nein, in Debian haben wir leider keinen Flashspeicher zur Verfügung, den du benutzen könntest und dann habe ich mit Arbeitskollegen darüber geredet und die meinten dann irgendwann, hey, ich habe gehört, dass Rackspace eigentlich recht Open Source freundlich ist und frag doch die mal an, ob da irgendwas geht. Und dann habe ich mit Rackspace Kontakt aufgenommen und die waren tatsächlich sehr freundlich und haben uns einen Deal gegeben, bei dem sie uns eine gewisse Menge an Credits geben sozusagen auf ihrer Public Cloud Infrastructure und dort können wir dann beliebige Dienste benutzen. Ich habe dort jetzt einfach sieben verschiedene VMs am Laufen, erkläre gleich noch, wie die zusammenhängen und das passt in unser Budget und jetzt ist alles viel besser. Das Ganze läuft seit Ende 2013, damals noch mit der alten Generation an Hardware von Rackspace und mittlerweile auf der neuen Generation. Als ich das damals also gemacht habe, also als ich umgezogen habe von meinem privaten Server auf die Rackspace VMs, habe ich den Trigramm-Index, also den Index, der zunächst befragt wird, wenn du eine Regular Expression reingibst, der dir dann sagt, in folgenden Dateien könnten Suchergebnisse sein, den habe ich auf sechs Rechner verteilt. So war das auch am Anfang ursprünglich gedacht. Also in meiner Bachelorarbeit habe ich das so beschrieben, aber ich konnte es bis davor eben einfach nicht umsetzen. Und was dann passiert ist, dass die Suche also parallelisiert wird. Das heißt, er fragt alle diese sechs verschiedenen VMs gleichzeitig an, bekommt die Ergebnisse mehr oder weniger synchron zurück und kann dann auf einem Block-Storage-Volume den kompletten Source-Code durchsuchen. Das Block-Storage-Volume ist basierend auf Flash-Speicher, deswegen haben wir das genommen, also haben nicht den Source-Lokal auf die verschiedenen VMs verteilt, weil die rotierende Festplatten hatten damals, sondern hatten uns einen so einen Block-Storage-Volume gemietet und das kann man immer nur an einen Rechner anschließen. Das heißt, die Suche war am Anfang parallel auf den Index und ist dann aber wieder in den Flaschenhals gelaufen, nämlich das Block-Storage-Volume. Frage? Heißt auch Zeichen was? Die Trigramme sind jeweils drei Zeichen hintereinander, also Buchstücke von einem Wort. Da kannst du dir gerne nochmal den alten Vortrag anschauen, da habe ich das on Detail erklärt oder auch die Bachelorarbeit anschauen oder später nochmal fragen, dann erkläre ich es gerne nochmal. Okay, die Suche wurde also durch die neue Hardware parallel, hat aber dann wieder einen Flaschenhals. Zudem war es auch so, dass ich jede Woche komplett neu deployed hatte. Also ich hatte ja vorher gesagt, ich hatte manuell jede Woche einmal den Index aktualisiert. Das lief einfach so, ich hatte so ein Shell-Skript, habe das ausgeführt, das hat dann den Debian Mirror aktualisiert, den ich hatte, ist komplett durch alle Quelltext-Dateien durchgelaufen, hat den Index aufgebaut, hat danach den alten Index auf die Seite geschoben, den neuen Index an dessen Stelle gepackt, hat geschaut, wenn ich jetzt alle Tasks neu starte, funktioniert da noch eine Suchanfrage und dann wurde das deployed. Und das ist zum einen blöd, weil es halt ein menschlicher Prozess, also ich muss da jede Woche wirklich dran sein und wenn ich mal eine Woche in Urlaub bin, dann ist Debian Code Search alt, das ist schlecht. Und zum anderen ist er häufig schiefgegangen. Also es ist immer mal irgendwas passiert, zum Beispiel konnte er den Debian Mirror nicht updaten, weil irgendein Mirror einen Timeout hatte und Debian Mirror ist nicht schlau genug, um das dann nochmal zu probieren. Gut, da hätte ich jetzt irgendwie noch mehr Intelligenz in das Skript stecken können und so weiter, aber ich dachte, das ist eigentlich keine Lösung, an der ich festhalten möchte. Ich bin dann, als ich die neue Hardware von Rackspace bekommen hatte, umgestiegen auf ein Modell, in dem ich jede Woche komplett neu deployed hatte. Was der Vorteil davon, vorher war es so, dass während ich den Index erstellt habe, ist alles andere langsam geworden, weil das Index erstellen kostet halt CPU-Zeit und IOTime und sowas und deswegen haben wir das auch nur einmal in der Woche gemacht, weil sonst schränkt man halt die Qualität der Suchmaschine ein für die Nutzer, die sie benutzen wollen, während ich den Index aktualisiere. Das war also so ein Trade-off zwischen, wie viele Ressourcen haben wir und wie oft können wir das machen. Aber theoretisch ist eigentlich das Idealmodell, dass es gar keinen so einen Delay gibt, also dass man direkt, wenn neue Pakete verfügbar werden, die direkt durchsuchen kann. Bei Rackspace habe ich dann gesagt, okay, jetzt können wir jede Woche neu deployen. Das heißt, ich habe mir automatisiert jede Woche sieben neue VMs geklickt, habe dort die komplette Software installieren lassen über ein Programm, was das gemacht hat und habe dann einfach den DNS umgebogen, von den alten VMs auf die neue VMs, habe dann die alten gelöscht. Und dadurch hatte man zwei schöne Effekte. Zum einen hatte man nie eine Abweichung zwischen Infrastruktur, wie sie sein sollte und dem Code, der sie macht. Also man war immer in der Lage, von 0 auf 100 eine neue DBN Code Search Instanz einfach zu erstellen, weil das ist eh jede Woche passiert und gäbe es da einen Fehler, wäre der Service halt kaputt. Und zum anderen ist das, was wir vorher hatten, dass die Suchmaschine langsam wird, während wir den Index erstellen, ist nicht mehr der Fall, weil das auf komplett separate Hardware läuft. Und dadurch, dass wir einfach so viel Hardware zur Verfügung hatten, konnte man das einfach so machen. Außerdem ist mir dann aufgefallen, dass in diesem neuen Deploy-Modell DeppMirror ein Flaschenhals wurde. Also der Punkt ist, je länger ich in dem Deploy-Zustand bin, also je länger dieses Skript dauert, desto mehr zahle ich am Ende des Monats. Ich zahle es zwar nicht effektiv, aber es geht in mein Budget mit ein. Und je weniger Budget ich verbrauche für den Normalzustand, desto mehr coole Hardware oder coole Features kann ich mir dazu klicken. Das heißt, ich bin schon daran interessiert, dass es schnell geht, diesen Mirror runterzuladen. Und mit DeppMirror habe ich eben nur so um die 100 Mbit erreichen können. Jetzt ist es aber so, dass bei Rackspace die VMs, die ich hatte, mit einem Gigabit ans Internet angebunden sind. Das ist natürlich Verschwendung und das Ärger dahin, wenn man nur 100 Mbit benutzen kann. Und deswegen habe ich hier einen Blogpost verlinkt über ein Tool, was ich geschrieben hatte, was ein Ersatz ist für DeppMirror. Und das ist in Go geschrieben und verwendet ein paar kleine Tricks wie HTTP-Pipelining, eine geschickte Mirror-Auswahl und sowas. Und das kann tatsächlich einen Gigabit-Link auslasten. Und das sind so die Sachen, die ich cool finde, an sowas zu arbeiten, wo man einfach schöne Hardware zum Spielen bekommt und dann kann man sie mal richtig auslasten. Okay. Zur alten Architektur, wie ist das eigentlich aufgebaut? Das ist hauptsächlich deswegen, damit ihr verstehen könnt, wie die neue Architektur sich von der alten unterscheidet. Es war so, hier auf der rechten Seite ist diese Box, die nennt sich RSDeploy. Das steht für Rackspace Deploy. Also das war das Programm, welches die ganzen neuen Maschinen, die hier in der Mitte und auf der linken Seite sind, immer jede Woche neu erstellt hat. Es gibt verschiedene Arten von Maschinen. Es gibt zum einen das Source-Backend. Das war die Maschine, die das Block-Storage-Volume angebunden hatte. Also dort ist der ganze Quelltext von Debian verfügbar. Der wurde also runtergeladen, entpackt, dort gespeichert. Dann gibt es das Web-Frontend. Das ist die eigentliche Anwendungslogik sozusagen. Die hat zunächst die Index-Backends befragt. Das war das, was ich auf sechs verschiedene VMs verteilt hatte. Und der Index muss eben im RAM liegen, deswegen auf die verschiedenen VMs verteilt, damit ich zum einen vier RAM nutzen kann, ohne viel Geld zu bezahlen für eine VM, die vier RAM am Stück hat. Also so konnte ich das aufteilen. Und zum anderen, damit der parallel befragt werden kann, damit ich eine schnellere Suche implementieren kann. Der hat also, also das Web-Frontend fragt die Index-Backends an, sagt, hey, gib mir mal alle potenziellen Suchtreffer. Und mit der Liste geht es dann zum Source-Backend und sagt, okay, jetzt mit dieser Regular Expression, durchsuch doch mal diese Dateien. Und das macht er dann und dann bereitet das Web-Frontend die Ergebnisliste auf, schickt sie zurück an den Nginx, der hier als Reverse-Proxy fungiert und beantwortet die Benutzeranfrage, um die es eigentlich geht. Das Schöne ist, dass wir in dem Nginx die ganzen statischen Assets ausliefern können und cachen können, so wie man das halt so kennt von so einer Web-Infrastruktur. Und der Rest passiert dann halt hier. Okay. Die neue Hardware, die dann, also das nennt sich Next-Generation-Hardware bei Rackspace, das wurde eingeführt, eine Weile, nachdem ich das ganze alte Modell fertig hatte und dann dachte ich, oh, jetzt nicht schon wieder alles anpassen, hab's erstmal eine Weile sein gelassen und mir überlegt, okay, wie kann man die neue Hardware ausreizen. Um was es sich hierbei handelt, ist VMs, die einen Quad-Core Intel Xeon E5 zur Verfügung haben, mit jeweils 4 GB RAM, mit 80 GB lokaler SSD und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, weil die lokalen SSDs größer als 5000 IOPS erreichen, also gar nicht so schlecht. Und im Vergleich zu Block-Storage, was über das Netz angebunden war, ist die Latenz viel, viel geringer. Also das Vorhandensein von diesen SSDs ist eigentlich das, was uns die komplette neue Architektur erlaubt. Ohne das hätte es nicht geklappt. Und die Netzanbindung ist 800 MBit zwischen den ganzen VMs und auch ins Internet raus, aber das ist nicht mehr so wichtig. Gut, nach wie vor haben wir sechs Instanzen für den Index, aber der Unterschied ist, dass diese sechs Instanzen jetzt auch den Quelltext aufteilen. Also der Quelltext wird aufgeteilt in, also es wird einfach gehasht, wie ist das Paket, also der Paketpfad und dann wird entschieden, okay, du hast den Hash so und so, du kommst auf diese Maschine und so wird das relativ gleich verteilt. Weiterhin gibt es eine Instanz für das Frontend und es gibt eine Instanz für das Monitoring. Okay, die Idee hinter dem Instant Indexing ist jetzt, dass wir nicht wöchentlich oder täglich oder stündlich oder so den Index neu bauen, sondern dass wir paketweise den Index so häufig wie es geht aktualisieren. Und das Problem damit, warum ich das nicht von Anfang an so gestaltet habe, ist, dass das Indexformat, was das CodeSearch-Paket benutzt, auf dem wir aufbauen, nicht für inkrementelle Updates ausgelegt ist. Das ging also einfach nicht. Also das war einfach nicht der Use Case, für den das Paket ursprünglich geschrieben war. Und weil so eine Bachelorarbeit eben auch irgendwann fertig werden muss, habe ich da keine Zeit für gehabt, das direkt richtig zu machen. Was jetzt aber der Fall ist, ist, dass wir, wenn ihr euch das mal ausrechnet, wenn ihr 6x80 Gigabyte habt insgesamt an SSD Storage und ihr nur 140 Gigabyte speichern müsst, dann könnt ihr auch locker doppelt so viel speichern und das ist immer noch akzeptabel. Das heißt, was wir jetzt machen, ist, wir erstellen den Index so, dass wir für jedes Paket einen Index erstellen und dann merchen wir diese Indizes am Ende zusammen in einen großen Index. Das heißt, man hat einen Storage-Overhead, aber das ist okay, weil wir einfach genug Hardware haben, um das Problem zu erschlagen. Und damit wir überhaupt diese ganzen Indizes merchen können in einen großen Index, musste ich erstmal einen neuen Merge-Algorithmus implementieren in dem CodeSearch-Paket, denn vorher gab es nur eine Funktion, um zwei Dateien zu merchen und die Idee war dann, dass er bei mehreren Dateien einfach immer eine mehr dazu gemercht hat und das dauert ewig, wenn man das auf diese Datenmenge macht. Und deswegen habe ich mir eine Zugfahrt genommen und ein paar Stunden gehackt an einem Algorithmus, der eben binnen fünf Minuten alle diese kleinen Index-Dateien zu einer großen Zusammenmarsch. Also wir reden hier von so ungefähr eine zwei Gigabyte Index-Datei. Und das kann man sicherlich noch effizienter machen, aber das ist jetzt erstmal effizient genug und dann können wir uns gleich noch überlegen, wie lange die komplette Latenz ist zwischen einem neues Paket wird hochgeladen und einem neues Paket ist durchsuchbar. Von der Architektur her ist es jetzt so, dass ich mich entschlossen habe, einen neuen Baustein einzuführen, nämlich den DCS-Package-Importer. Was der macht, ist, der liest ein Debian-Paket, entpackt das Debian-Paket, indexiert es und mergt am Ende dann auch noch in diesen vollen Index. Das heißt, es läuft ein Package-Importer auf jeder VM und wenn ich sage, er liest ein Debian-Paket, dann bedeutet das tatsächlich, man schickt über die HTTP-Schnittstelle, die er hat, also alle Dienste in CodeSearch haben HTTP-Schnittstellen, über diese Schnittstelle schickt man ein komplettes Debian-Paket, also alle Dateien, die das Paket ausmachen, die DSC-Datei, den Original-Taball und den Debian-spezifischen Taball und dann, sobald der Package-Importer alle Dateien hat, entpackt er das, indexiert es und mergt es. Das Index-Backend wurde dahingehend verändert, dass es, ohne dass man es neu starten muss, einen neuen Full-Index laden kann. Das heißt, da gibt es jetzt eine Funktion, bei der man sagen kann, hey, versuch mal, diesen neuen Index zu laden, er macht das und wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht und er ist noch auf dem alten Index, sodass wir also von der Verfügbarkeit her kein Problem haben, wenn es mal Fehler in dem System gibt, es ist nicht so, dass das unbeaufsichtigt läuft und die ganze Zeit kaputt geht. Das ist quasi so als Safeguard der Mechanismus hier. Weiterhin gibt es einen neuen Baustein namens Feeder. Was der macht, ist, der pollt stündlich neue Packages. Also jede Stunde ruft er auf einem Debian-Mirror das Packages-File ab und schaut dann, okay, fragt die Package-Importer ab, welche Pakete habt ihr schon auf euren Maschinen, schaut dann, welche sind noch nicht geladen, lädt die runter und füttert sie in den Package-Importer, daher der Name Feeder. Damit der Feeder aber nicht nur stündlich pollen muss, sondern damit es nochmal einen Ticken schneller geht, gibt es jetzt noch einen Baustein, der nennt sich Tail-Fat-Message und der schaut auf einen Message-Bus, der Fat-Message heißt, das ist so ein Zero-MQ-basierter Message-Bus, der ursprünglich aus Fedora kam, aber seit einem Summer-of-Code-Projekt auch in Debian verfügbar ist. Auf dem werden neue Paket-Uploads bereitgestellt und diese Benachrichtigung nimmt dann das Tail-Fat-Message auf und sagt dem Feeder, hey, hier habe ich gehört, da wurde gerade ein neues Paket hochgeladen, schau doch mal, ob du das findest und der Feeder schaut dann, dass er im Debian-Mirror in der Incoming-Queue noch das Paket direkt wieder rausholt und dann indexiert er das eben direkt. Also es muss noch nicht mal in Debian offiziell aufgenommen sein, da können wir es schon durchsuchen. Okay, und das Source-Backend wurde dahingehend geändert, dass es jetzt ein lokales Index-Backend anfragt, weil jetzt gibt es ja diese Zuordnung, also jedes Source-Backend läuft jetzt direkt mit einem Index-Backend auf derselben Maschine und dann muss man diesen blöden Network-Roundtrap nicht mehr machen. Also er muss nicht mehr das Frontend alle Index-Backends nachfragen und dann gerade wieder mit denselben Maschinen reden, das wäre ja Verschwendung. Deswegen redet jetzt das Frontend nur noch mit dem Source-Backend und die fragen jeweils das Index-Backend an. So, so sieht das jetzt also aus, wenn man sich das nochmal komplett versucht vorzustellen. Hier oben kommt wieder der Benutzer-Request rein, unverändert, der Nginx liefert statische Assets aus, reicht dann die Anfrage weiter an das Web-Frontend, das fragt jetzt sechs verschiedene Maschinen gleichzeitig an und sagt, hey, ich habe hier diesen Suchbegriff. Die Maschine, also das Source-Backend, fragt dann das Index-Backend und schaut, okay, in welchen Dateien könnte das sein, durchsucht dann direkt die Dateien und streamt dann die Ergebnisse zurück an das Web-Frontend, was sie dann wiederum an den Benutzer ausliefert. Hier oben, wenn man von der anderen Richtung das Diagramm liest, dann ist hier ein Tail-Fat-Message und das schaut, wurden neue Pakete hochgeladen, sagt dem Fieder Bescheid, hey, hier ist ein neues Paket, der Fieder holt das Paket, gibt es an den Importer auf der jeweilig passenden Maschine, der baut den Index neu, tauscht ihn aus und dann sind die Pakete aktualisiert. Gut, ich habe schon angedeutet, jetzt werden Ergebnisse zurückgestreamt. Was bedeutet das? Früher war das so, dass wir, wenn wir eine Suchanfrage bekommen hatten, hat das Web-Frontend je tausend Ergebnisse betrachtet, gerankt und dann angezeigt, seitenweise. Das heißt, das ist wahrscheinlich nie jemandem aufgefallen, aber wenn man weiter als tausend Ergebnisse blättert, dann hat man Ergebnisse bekommen, die nicht so ganz gepasst haben. Also die, vom Ranking her war das nicht konsistent. Ja, also es kann sein, dass man, dass das tausend und eins der Ergebnisse tatsächlich besser war als das 999. Einfach, weil die in verschiedenen Batches gerankt wurden. Aber wir mussten das eben machen, weil sonst die Suche viel zu langsam gewesen war. Aber heute müssen wir das nicht mehr machen. Heute machen wir das so, dass das Ranking global über alle Ergebnisse bestimmt wird, aber eben erst, wenn die Suche fertig ist. Damit man nicht so lange warten muss, also damit man nicht jedes Mal warten muss, bis alle Suchergebnisse fertig sind, werden die 10 vermutlich besten Ergebnisse immer wieder live aktualisiert. Da komme ich gleich noch drauf. Und das Schöne daran ist, dass man jetzt nicht mehr warten muss, bis alle Index-Treffer da sind, weil man nicht mehr vorher schauen muss, okay, die Dateien habe ich, jetzt muss ich die erst mal ranken in einem Batch von je 1000, sondern man sagt einfach allen Maschinen, hey, sucht mal und dann nimmt man alle Ergebnisse, wie sie gerade kommen, egal welche Reihenfolge. Und das ist eben wichtig, weil sonst die alte Architektur hätten wir nicht eins zu eins übernehmen können auf die neue Hardware-Struktur. Okay, wie funktioniert das Ganze? Wir verwenden dazu Websockets, damit wir also Daten vom Client auf den Server pushen können, sozusagen. Und wir schieben Meta-Infos, also Fortschritt, wie viele Dateien habe ich überhaupt zu durchsuchen und wie viele habe ich schon davon durchsucht und wie viele Ergebnisse gab es jetzt schon in der Suche und eben die jeweils zehn vermutlich besten Ergebnisse. Und die vollen Ergebnisse stehen dann hier unter so einer URL bereit. Da wird einfach eine Query-ID vergeben für jede Suchanfrage. Das ist deswegen wichtig, weil wenn man viele verschiedene Clients behandelt und manchmal ist das so, dass wenn eine Suchanfrage sozusagen viral wird, also wenn jemand auf Reddit einen Link auf CodeSearch postet, bei dem irgendwie ein Suchquery drin ist, dann kommen da halt hunderte von Leuten, die sich das Query zur selben Zeit anschauen. Und wenn man da jedes Query von Anfang bis Ende neu berechnet, dann ist das blöd. Man will das irgendwie cachen, aber wenn das Query noch nicht fertig ist, kann man es auch noch nicht cachen. Und deswegen verwenden wir eben diese Query-ID, die ist einfach ein Hash über die eingehende Anfrage und streamen alle Ergebnisse zu allen Clients, die gerade auf diesem Query sind mit derselben ID. So, jetzt die Frage, warum sind die vollen Ergebnisse getrennt von den Websockets? Die vollen Ergebnisse werden also nach wie vor über HTTP geladen und das ist deswegen, weil man dann den Cache ausnutzen kann des Browsers. Also wenn ich einige Suchergebnisseiten habe, dann will ich, wenn ich die Seite nochmal neu lade, dass er nicht nochmal alle Suchergebnisse neu laden muss. Außerdem ist es so, dass wenn ich dieses Modell einhalte, dass eine URL wirklich ein Ding beschreibt im Web, dann kann ich auch so Features benutzen wie das Prefetching von Chrome. Also dann kann ich ihm sagen, du bist gerade auf dieser Seite und der Link hier, ich habe eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Benutzer als nächstes auf diesen Link klickt und das ist eben einfach die nächste Seite jeweils und dann lädt Chrome schon mal die Ressource vor und kann sie dann direkt anzeigen, wenn man draufklickt. Also das merkt man wirklich, da ist nochmal eine schöne Performance-Optimierung drin. Gut, jetzt weiter zu den eigentlichen Optimierungen beziehungsweise ich schaue mal gerade, ja wir haben genug Zeit, dass ich euch da mal kurz eine Demo zu zeigen kann. Ich gehe nochmal neu auf CodeSearch und suche mal nach was, was wirklich lange dauert. Jetzt sieht man das hier, jetzt sagt er hier oben, okay ich habe so und so viele Dateien von so und so viel möglichen durchsucht und so und so viele Ergebnisse habe ich. Und was man hier jetzt sieht sind die Top 10 Results, das heißt es gibt noch keine Next Page Buttons oder so, aber man bekommt schon mal einen recht guten Eindruck davon, was sind eigentlich die Ergebnisse, die ich von dieser Suchanfrage bekomme. Und das ist eben deswegen gut, weil es oft so ist, dass wenn man eine Suchanfrage stellt, erwartet man eine gewisse Anzahl von Ergebnissen und wenn man mehr bekommt, dann ist es eigentlich wahrscheinlich, dass man sich in der Suchanfrage vertan hat. Das Query Ress ist ein ganz besonderes Query, weil als ich damals die neue Version von Debian CodeSearch einem Freund von mir gezeigt hatte, um ihm ein bisschen Beta testen zu lassen, war das das erste Query, was er eingegeben hat. Er ist halt, also er spricht British English und deswegen R's und nicht S, aber stellt sich heraus, dass R's auf ganz viele andere Begriffe in Computer Science eben auch matcht, sowas wie Parse oder Cores oder lauter so Sachen. Das heißt, deswegen gibt es nach diesem vermeintlichen Schimpfwort so viele echte Ergebnisse. Und was eben passierte ist, dass diese Suchanfrage damals die Suchmaschine total overwhelmed hat. Also die ist darunter zusammengebrochen unter der Last. Also hatte keinen Speicher mehr übrig. Und das war die Motivation für diese Optimierungen. Also das erste Ziel war, dass wir auch größte Suchanfragen unterstützen können. Das heißt, wenn der komplette Index durchsucht werden muss, das wollen wir auch machen können. Also es soll kein Limit mehr geben, es soll keine 60 Sekunden Timeouts mehr geben und keine Begrenzung in dem, was man durchsuchen kann. Das zweite Ziel ist natürlich, dass wir nicht nur große Suchanfragen unterstützen, sondern dass sie auch schnell genug funktionieren. Weil wenn das zu lange dauert, dann schaut sich das auch keiner an und dann hätte man es gar nicht erst implementieren brauchen. Außerdem ist es angenehmer für den Benutzer. Also wir alle arbeiten lieber mit schnellen Tools als mit langsamen Tools. Wie ich schon erwähnt hatte, ich habe Monitoring benutzt zum Profiling, aber auch P-Prov. Ich habe hier einen Link auf P-Prov getan, der führt zum Blogpost im Go-Blog darüber, wie man Go-Programme profilt. Und wer mit Go zu tun hat und sich das noch nicht angeschaut hat, sollte das auf jeden Fall machen, weil es ist wunderbar einfach und man kommt mit sehr wenig Aufwand sehr schnell seine Bottlenecks raus. Und das habe ich einfach die ganze Zeit gemacht. Und hier zur Motivation jetzt vorher, nachher. Also hier sieht man, das habe ich euch gerade schon gezeigt, die Query-Durations im 90. Percentile. Und man sieht, also hier habe ich die neue Version deployed. Und jetzt kann man einfach mal gedanklich hier so eine Linie ziehen, dass es jetzt alles unter einer Minute und vorher ist das einfach alles drüber hinaus geragt. Und der Graph ist hier oben abgeschnitten. Es ist nicht so, als würden die nur bis da umgehen, die gingen viel, viel weiter hoch. Das heißt, es hat sich wirklich gelohnt, da ein bisschen Arbeit reinzustecken, das zu optimieren, weil man jetzt sogar die langsamen Queries, also die großen Queries innerhalb von einer Minute oder so beantwortet bekommt, was früher unser hartes Timeout war. Und jetzt haben wir das quasi als softes Timeout. Also es kann auch länger dauern, aber das Allermeiste ist tatsächlich fertig in unserem Budget sozusagen. Gut, jetzt also dazu, wie wir das geschafft haben. Die erste Optimierung, die wir machen mussten, war Arbeitsspeicher. Also in dem Proof of Concept, den ich damals geschrieben hatte, den ich, wie gesagt, meinem Freund vorgestellt hatte, der das sofort gecrashed hat, alle Ergebnisse wurden einfach im Speicher gehalten. Und ganz am Ende wurden die dann sortiert und dann wurden sie ausgeliefert. Und das läuft eben zu einem Out of Memory bei großen Anfragen. Und was man machen kann als Abhilfe, ist, dass man die Ergebnisse an sich nicht im Speicher behält, sondern dass man die Ergebnisse auf die SSD schreibt und dann eine Technik benutzt, die sich External Sorting nennt. Also man behält einfach einen Tuple mit Ranking und Offset im Speicher, wenn man später nach Ranking sortieren will und dann liest man von der SSD eben ab Offset wieder ein. Also man hat einfach eine große Datei und dann kann man das so machen. Und der Vorteil ist, dass Ranking und Offset einfach zwei Werte sind mit einer fixen Größe. Also wenn man da ein Flow 32 nimmt für das Ranking und ein UN 64 für das Offset, dann weiß man genau, wie viel Speicher das nimmt und kann das genau abschätzen und es verwendet auch viel, viel weniger Speicher, als wenn man die Ergebnisse an sich im Speicher hält. Das ist, denke ich, klar. Okay, wenn man das jetzt also gemacht hat, dann war das zweite Problem, jetzt haben wir immer noch mehr als 70 Byte pro Ergebnis. Ich habe hier mal die Datenstruktur auf die Folie gepackt. Das ist also so ein Result Pointer, also ein Zeiger auf ein Ergebnis in dieser großen Datei, die ich auf die Platte speichere. Und zum einen mussten wir das Backend speichern, also von welcher VM das Ergebnis tatsächlich kam, damit wir wissen, in welcher Datei müssen wir dann suchen, weil die Dateien müssen natürlich unabhängig voneinander schreibbar sein, sonst kann man nicht alle Ergebnisse gleichzeitig zurückstreamen, sondern muss immer locken auf die Datei und das wäre dann wieder ein Flaschenhals, das wollten wir ja gerade vermeiden. Deswegen müssen wir aber im Result Pointer ein bisschen was mehr mitspeichern. Dann das Ranking, wie gesagt, Flow 32, soweit klar, Offset in 64, okay. Die Länge mussten wir jeweils noch speichern, weil wir nicht genau wussten, wie lange das Ergebnis sein kann. Den Pfad haben wir speichern müssen, weil wir den Pfad benutzt haben, um bei Ergebnissen mit dem gleichen Ranking-Wert einen Tiebreaker zu haben, terministische Ordnung hatten und wussten, okay, wenn jetzt die das gleiche Ranking haben, muss der zuerst kommen, dann der, dann der. Den Package-Name wiederum mussten wir speichern, damit man diese Gruppierung nach Package implementieren kann. Das war das, was ich euch am Anfang gezeigt habe. Und das wird jetzt halt schnell viel, ja, wenn man einige Millionen von Ergebnissen hat, dann kann man sich das ja mal ausrechnen, eine Million mal 70 Byte, da kommt man dann langsam an die Grenze von den zwei Gigabyte, die unser Frontend hat. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, dann müssen wir einfach mehr Gigabytes in das Frontend stecken und das kann man auch, aber dann verschiebt man nur das Problem. Also wenn man erst mal ordentlich optimiert und dann noch Hardware drauf wirft, ist das die bessere Strategie. Okay, was kann man da machen? Man kann zum einen einen Sync.pool verwenden, um die Paketnamen nur ein einziges Mal im Speicher zu halten. Das heißt, da wandelt man quasi den String von dem Paketnamen in einen String-Pointer um. Und ein Sync-Pool funktioniert so, dass man also dort, dass man schaut, ist der Wert, den ich jetzt gerade speichern will, schon in dem Pool und wenn ja, dann nehme ich einfach einen Pointer auf den Wert und wenn nein, dann füge ich ihn rein und nehme einen Pointer auf den Wert. Und dadurch, dass wir in Debian so ungefähr 17.000 verschiedene Source-Pakete haben, aber unglaublich viel mehr Suchtreffer, ist es quasi so, dass wir ab dem 17.000 Suchtreffer im Worst Case einen Gewinn haben in der Speicherbenutzung, weil dann wurden alle Pakete, die nur erdenkbar sind, einmal genommen und dann spart man Speicher und im normalen, im praktischen Alltagsfall spart man sogar schon viel früher Speicher. Gut, statt den kompletten Pfadnamen zu speichern, haben wir einfach den FNV-Hash, weil das der einzig nicht-kryptografische Hash ist in Go, der in der Standard-Library mitkommt und schnell ist, genutzt. Damit wandeln wir also einen String in den UIN64 um, weil der Hash ist genauso gut immer noch als Tiebreaker nutzbar, damit kann man genauso gut immer noch sagen, okay, das kommt jetzt vor dem, System, ohne dass man den kompletten Pfad braucht. So, dann sind wir jetzt also bei 36 Byte pro Ergebnis. Jetzt haben wir immer noch Backend-Index, Ranking, Offset, Länge sind wir losgeworden, dazu gleich mehr, den Pfad-Hash und den Package-Name jetzt als String-Pointer. Das ist schon mal besser. Dann war das nächste Problem CPU. Jetzt war es so, dass wenn man eine große Suchanfrage gestellt hat, wie zum Beispiel Ars gerade eben, dann war es so, dass die Suchergebnisseiten alle generiert wurden und alle auf die Platte geschrieben wurden und dann hat direkt der Engine XD ausgeliefert. Und das Problem ist, das lief dann also so ab, man hat geschaut, okay, er hat die ganze Suche gemacht, er war dann irgendwann am Ende und dann hat er nochmal irgendwie 30 Sekunden lang einfach nichts Ersichtliches gemacht, bevor die Ergebnisse alle zur Verfügung standen. Und was er in diesem Zeitraum gemacht hat, ist, er musste halt zum einen sortieren nach Ranking und dann musste er von der Festplatte die ganzen Ergebnisse lesen und sie dann rausschreiben, geordnet in diesen Suchergebnis-Dateien. Und was wir jetzt einfach dann gemacht haben, ist, wir generieren die jetzt On-Demand, das heißt, wir lassen wirklich nur die Pointer im Speicher und schreiben die sogar noch raus, damit wir sie später wieder einladen können, wenn das Query gecached ist und schreiben die Suchergebnisseiten nie auf die Platte, sondern wir generieren die einfach immer nur, wenn der Nginx uns danach fragt und nutzen den Cache des Nginx, um eben auf Platte zu schreiben. Und damit fällt dieser komplette Zeitblock einfach weg. Und danach war es interessant, weil wir immer noch einen CPU-Bottleneck hatten und dann habe ich geschaut, was ist im Profiler der größte Block und es war tatsächlich Encoding JSON. Und bei signifikanten Mengen an Daten, also wenn man über deutlich mehr als ein Megabyte die Sekunde redet, dann macht es tatsächlich einen Unterschied, welches Encoding man hier verwendet. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und es gibt verschiedene Encodings, es gibt zum Beispiel Protobuf, aber Captain Proto hat die besten Benchmark-Werte. Und es war eigentlich egal, was wir verwenden, weil wir das nur intern im Backend verwenden und da kann man das dann auch nach Belieben nochmal austauschen, wenn sich herausstellt, dass es keine gute Wahl ist, aber mit Captain Proto ging es eigentlich ganz gut. Dann sind wir darauf umgestiegen und dann haben wir nochmal einen deutlichen Speed-Zuwachs gesehen. So, dann war es interessant, wir brauchen ja das Offset in dieser Datei, die wir auf die SSD speichern. Und am Anfang hatten wir gedacht, naja, da benutzen wir halt LSEC und lassen uns von SEC sagen, was gerade das Offset in der Datei ist. Stellt sich aber raus, dass wenn man so ein Go-Programm hat, dann ist es eine ganz schlechte Idee für jeden Schreibzugriff einen SEC reinzubauen, weil man einfach ganz, ganz viele Scores hat. Und dann kann eben Go sein internes Scheduling nicht mehr ausleben und man ist die ganze Zeit auf Syscalls blockiert. Und stattdessen kann man natürlich einfach selber mitzählen. Also man weiß halt, okay, am Anfang fängt man bei Null an und dann merkt man sich, wie viel schreibt man da. Frage? Frage war, kann man es nicht einfach M-Mappen? Ja, kann man bestimmt, aber M-Mappen ist ein, also M-Mappen wird in Code Search auch verwendet an anderen Stellen, aber es ist ein bisschen komplizierter, was die API angeht in Go. Also in Go ist es idiomatischer und einfacher, wenn man halt einfach Sachen schreibt. Ähm, als wenn man M-Mappt und dann direkt im Speicher malt. Okay, außerdem ist es so, dass wir beim Deserialisieren, also ganz egal, ob man das jetzt mit JSON oder mit CaptainProtto macht, ähm, hatten wir ganz viele Readsyscalls drin. Jetzt denkt man sich, ja klar, die Daten müssen halt gelesen werden, oder? Aber es stellt sich raus, dass CaptainProtto halt, äh, äh, zuerst die Länge enkodiert und dann den Feldwert und beim Einlesen liest es halt zuerst mal die fixe Länge und dann den Feldwert und, äh, dadurch kommen halt ganz, ganz, ganz viele kleine Readcalls hintereinander und das ist schlecht. Und stattdessen nutzen wir jetzt Buffer.io, was halt einfach Buffered.io ist, wie der Name schon andeutet, um einen internen Buffer im Speicher zu haben, einen großen Read zu machen und dann die kleinen Reads direkt aus dem Speicher ohne einen Syscall zu behandeln. Und durch diese zwei Optimierungen haben wir nochmal deutlich die Zeit drücken können. Gut, äh, jetzt als Ausblick, die allermeisten Suchen, wie sich rausstellt, wenn man sich mal die Querylogs anschaut, sind gar keine Suchen nach Regular Expressions, sondern die meisten Leute hauen einfach irgendwelche Fehlermeldungen rein, weil sie wissen wollen, in welchem Programm kommt die denn vor. Oder sie hauen irgendwelche Identifier rein, das war das erste Beispiel, was ich bei der Motivation gebracht habe, dass man schauen will, in welchem Programm ist diese Funktion eigentlich definiert und, und was macht die Funktion? Ich will den Quelltext lesen. Und die Zusammensetzung an Queries ist, dass 74% der Suchanfragen Identifier sind und nur 26% Regular Expressions. Und jetzt ist es so, dass wenn man so einen Regular Expression Index benutzt, auf den Trigramm basierend, dann ist der schön und gut für Regexps, aber für Identifier gibt es eigentlich eine effizientere Datenstruktur und das sind Suffix Arrays. Und die würden also die Identifier-Suche massiv beschleunigen. Der Nachteil, warum wir das bislang nicht gemacht hatten, war, wie schon das Thema des ganzen Talks eigentlich ist, es war teurer. Also von Disk und CPU hätten wir uns das nicht leisten können. Aber dadurch, dass wir jetzt die Hardware so effizient nutzen und so gute Hardware haben, könnte das eigentlich funktionieren. Also das ist so das Nächste, was ich auf meiner Liste stehen habe, was man sich mal genauer anschauen sollte. Und dann kann man vielleicht nochmal die Architektur ein bisschen umgestalten und damit nochmal einen großen Speedup für 74% aller Anfragen erreichen. Okay, das war es soweit von dem Inhalt, den ich auf Folien vorbereitet habe. Zum einen habe ich hier noch eine Empfehlung, es gibt einen Blog mit Beiträgen, zu dem wir in CodeSearch, falls euch das jetzt gefallen hat und ihr ein bisschen auf dem Laufenden gehalten wollen werdet, dann könnt ihr das Blog euch durchlesen und abonnieren und zum anderen würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir Feedback zu dem Vortrag geben könntet. Ich habe dazu ein kleines Formular gemacht, das ist auch der QR-Code, der hier oben auf der Slide zu sehen ist. Ich lasse das nochmal ein bisschen und wenn ihr mir da am Ende oder morgen oder irgendwann einfach gutes Feedback geben könntet, wäre ich euch sehr dankbar. Jetzt bin ich damit am Ende und wir haben noch Zeit für Fragen. Das ist eine gute Frage. Also die Frage, um für die Aufzeichnung das zu wiederholen, wonach geht das Ranking der Suchergebnisse? Und das setzt sich zusammen aus verschiedenen Sachen. Wir haben am Anfang, als wir in der Bachelorarbeit die Suchmaschine entwickelt haben, geschaut, was sind gute gute Sachen, die wir zum Ranking verwenden können und ein ganz großer Faktor ist der sogenannte Popularity Contest, den es in Debian gibt. Das ist so ein Opt-in-Mechanismus, bei dem ich sagen kann, dass alle Software, die ich auf meinem Rechner installiert habe, da will ich eine Auswertung drüber an Debian schicken und dann zählen die einfach mit. Okay, wie viele Leute haben die Software installiert? Wie viele Leute benutzen die Software tatsächlich? Und darüber kann man schauen, okay, wie beliebt ist ein Paket? Zum anderen die Abhängigkeiten, die wir in Debian haben. Also wenn es eine Library gibt, ein Library-Paket, welches von 50 verschiedenen Paketen benutzt wird, dann ist das sicherlich wichtiger als eine Library, die nur von einem Paket tatsächlich benutzt wird. Und das sind so zwei Faktoren. Es gibt noch ein paar andere, zum Beispiel schauen wir auch in den Pfad rein, also wenn du nach einem Identifier suchst und der befindet sich schon im Dateinamen, zum Beispiel strfry, was ich am Anfang gesucht hatte, in der glibc gibt es eine strfry.c. Wahrscheinlich ist das sehr relevant für deine Suchanfrage. Und so setzen wir zusammen so ein gewichtetes Ranking und das wird dafür verwendet. Weitere Fragen? Ja, bitte. Okay, die Frage war, aus welcher Version kommen die Suchergebnisse und wie kann man wählen, welche man haben will? Die Antwort ist, du kannst es nicht wählen, weil derzeit alles einfach aus Unstable kommt. Also wir indexieren nur die Entwicklerversion. Das ist auch ein Punkt, der gelegentlich nachgefragt wird. Ich hatte auch in dem Blog, was ich hier verlinkt habe, einen Post geschrieben, in dem es darum geht, wie viele Pakete kannst du damit effektiv durchsuchen? Also wenn du nur Unstable immer indexierst, wie viele Überschneidungen gibt es zu Testing und Stable? Und stellt sich raus, dass ungefähr drei Viertel aller Pakete in der Suchmaschine enthalten sind und ein paar ältere Versionen eben nicht. Und die Frage ist jetzt, will man unbedingt die älteren Versionen durchsuchen wahrscheinlich seltener als die neuen Versionen. Aber ja, ich gebe dir recht, also eigentlich sollten wir uns mal anschauen, ob wir nicht einfach alles indexieren können und dann einen Filter einbauen können. Aber das erfordert halt dann doch nochmal eine Umstellung in dem Datenformat, was wir haben und ist damit ein recht komplexer Prozess. Ja, bitte. Ja, die Anmerkung war, dass es gar nicht so klar ist im User Interface, was genau durchsucht wird. Ich werde schauen, dass ich es noch direkt auf die Suchseite auch packe, dass es dort erwähnt wird. In der FAQ steht es aber auch. Ja. Ja, okay. Ja, bitte. Und die Anmerkung von Caches erzählt, wann werden die invalidiert werden? Okay, die Anmerkung war, die Caches, die ich angesprochen hatte, wann werden die invalidiert? Die Antwort ist nach 15 Minuten einfach. Also die Idee ist halt, dass binnen 15 Minuten sicherlich nicht jemand nochmal dasselbe Paket irgendwie in der neueren Version hochlädt. Das passiert tatsächlich sehr, sehr selten und selbst wenn, dann ist es wahrscheinlich nicht sehr relevant. Und 15 Minuten wird man verschmerzen können, alte Ergebnisse zu sehen. Aber auch da, also das wäre auch interessant, dass man mal schaut und analysiert, okay, wie ist eigentlich die Hitrate in diesem Cache und sollten wir den vielleicht runterdrehen oder hochdrehen? Aber im Moment habe ich da einfach gesagt, 15 Minuten, das passt. Okay, ja? Okay, nochmal die Frage nach dem Ranking. Es ist so eine gewichtete Mischung zwischen wie populär ist das Paket im Popularity Contest, wie viele Abhängigkeiten gibt es und noch ein paar andere kleinere Faktoren. Und je nachdem, wie hoch das Paket eben scored in dem Ranking, wird es als erstes angezeigt oder nicht? Tatsächlich nicht. Wäre aber auch eine interessante Idee. Also vielleicht, vielleicht, ja, vielleicht klingt erstmal intuitiv vernünftig, sollte man vielleicht machen. Genau, also es gibt viel Potenzial an dem Projekt auch mitzuhelfen und ich stehe da auch gern zur Verfügung, ein bisschen Guidance zu geben, wenn jemanden das interessiert. Gibt auch eine Hacking-Anleitung auf dem GitHub-Repo, wie man das aufsetzt und ein bisschen drumrum spielt. Vielleicht will das auch jemand einfach mal ausprobieren. Noch weitere Fragen? Okay, wenn euch noch irgendwas einfällt, ich bin noch auf der Veranstaltung bis Sonntag, dann könnt ihr mich auch einfach gerne ansprechen, ansonsten mir eine E-Mail schreiben. Ansonsten danke und viel Spaß mit CodeSedge. Applaus Vielen Dank. Applaus